Yo Leute, willkommen zu diesem Folge von dem Minecraft Rätseln. Heute wieder die Auflösung vom letzten Rätseln vor zwei Wochen. Und mit dem neuen Rätsel, was ihr in den Kommentaren auflösen könnt. Letzte Woche habe ich gefragt, ob das sind vor zwei Wochen, wie kann mich das Feldtier bewässern? Obwohl hier kein Wasser so dran ist. Also durch einen Ortabau geteilt. Jetzt übrigens auch für 1,16. Ich habe hier auch geupdatet. Zumindest für die Fakten und die Rätsel mache ich da sonst nicht. Nein, nein, nein. Jedenfalls. Wundermassen. Ein bisschen mehr Farmed noch mal hier hin. Ups. Wenn wir mit der Maus klicken hier, du. Du musst ja nicht alles machen, ne? Jedenfalls müssen wir einfach nur Wasser machen und Wasser rein. Und dann wird das Ding bewässert. Ja, außer hier in der Welt, ne? Das ist schon ein bisschen doof, aber ähm... Es wird funktionieren. Auch wenn ich jetzt hier, weil da kein Regen gab, dann ist das ein bisschen doof in der Welt. Aber trotzdem ruhig mal raus. Und wenn es regnet, wenn die Felder trotzdem bewässert. Deswegen, ja, ihr könnt mir ruhig mal vertrauen. Alles klar. Da würde ich sagen. Äh, kurz vor dem Rätsel für heute und zwar... Ähm, ein Mob, das nur durch Einbügung stirbt. Ja. Ja. Also man tut eigentlich gar nicht mit dem Mappen. Spawn das einfach oder... Das Mappen läuft einfach in die, äh, in das Bum einfach rein. Und äh, stirbt. Nur, nur, nur durch das Biom. Sonst gar nichts. Ne? Kein TNT oder was weiß ich. Einfach nur durch das Biom. So. Wenn ihr wisst welches Mob das ist, bis ich weiß auch welches Biom das ist. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Versuchen wir es zur Woche wieder aufzulösen. Ich hoffe das passt. Aber eigentlich sollte das gehen. Und, äh, jo. Dann würde ich sagen. Leute, holt rein. Und machen euch einen schönen Tag. Und ciao.